Gestern konnten einige Streamer Warzone 2 spielen und seit der Version, die ich spielen konnte auf dem Call of Duty Next Event, hat sich doch einiges verändert und die ganzen Änderungen, die gucken wir uns heute an. Warzone 2 erscheint am 16. November um 19 Uhr, runterladen kann man die ganze Sache allerdings schon am 14. November um 19 Uhr und Warzone 2 ist natürlich kostenlos. Ist praktisch die kostenlose Fortsetzung vom kostenlosen Warzone 1. Bevor wir in die Info springen, lasst auf jeden Fall ein Abo da hier auf dem Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, würde mich extrem freuen. Viele Leute schauen meine Videos, aber haben noch nicht abonniert und falls ihr dazu gehört, holt es gerne noch nach. Würde mich extrem freuen. Vielen Dank an euch. Im Hintergrund gibt es gerade auch ein bisschen Gameplay der neuen Warzone 2 Version. Das ist Gameplay, das Huskers erspielt hat. Der ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Auf jeden Fall da mal vorbeischauen. Ist auf jeden Fall einer meiner Lieblings-Warzone-Streamer. Und die wichtigste Änderung, wie ich finde, ist, dass Loadouts wieder zurück sind, was mich wirklich gefreut hat. Diesmal funktioniert alles aber ein bisschen anders als noch bei Warzone 1. Es gibt zwar auch so ein In-Game-Event, kann man sagen. Ihr seht es im Hintergrund. Es kommt eine Anzeige und dann fallen Loadout-Drops auf die Karte. Diesmal ist es aber tatsächlich so, dass jeder zu allen Loadout-Drops hin kann. Nicht jedes Team bekommt ein eigenes. Also da entsteht jetzt dann vielleicht ein bisschen ein Kampf um diese Loadout-Drops, was auf jeden Fall spannend sein könnte. Finde ich irgendwie eine ganz interessante Änderung. Und eine Änderung, die ich jetzt erstmal nicht schlecht finde. Müssen wir schauen, wie es dann ist im Spiel. Es gibt aber noch eine weitere Möglichkeit, um an Loadouts zu kommen. Und zwar über Strongholds und über Blacksides. Das sind spezielle Gebiete auf der Karte von Warzone 2. Die sind auch markiert auf der Minimap. Und dort gibt es ganz viele Bots, die man besiegen muss. Und wenn man die ganzen Bots besiegt hat, bekommt man eine Belohnung. Und das ist eben ein Loadout-Drop und dann so noch ein bisschen was. Und die Blacksides, die funktionieren wie die Strongholds, sind aber noch stärker bewacht. Und man braucht einen Blacksides-Schlüssel, den man irgendwo auf der Karte finden kann, wenn man da rein will. Also dieses Schlüsselsystem, das wir hatten bei Warzone 1 mit den Bunkern, gibt es jetzt hier auch wieder für diese Blacksides. Und bei den Blacksides gibt es als Belohnung Waffenvarianten, die man, so verstehe ich es, wirklich komplett ausgerüstet bekommt für immer. Also die kann man dann zum Beispiel auch im Multiplayer benutzen, was ich eine wirklich coole Idee finde. Wenn man Pech hat und keinen Loadout-Drop abbekommt, keinen Stronghold findet oder keinen Schlüssel findet, dann hat man trotzdem die Möglichkeit, an seine Waffe zu kommen, aber nicht an sein ganzes Loadout. Es gibt natürlich auch wieder Shops, die auf der ganzen Karte verteilt sind. Und da hat man die Möglichkeit, die Primärwaffe aus seinem Loadout zu kaufen. Da sind dann die eigenen Aufsätze mit dabei, da ist die eigene Tarnung mit dabei. Aber, so verstehe ich es, man hat keine Extras und auch die ganzen anderen Items, die man ausgerüstet hat, sind nicht mit dabei. Also da steht man dann schon ein bisschen schlechter da. Das heißt, man will auf jeden Fall zu so einem Loadout-Drop oder will direkt am Anfang irgendwie einen Stronghold finden, wenn man dann wirklich abgehen will am Ende des Games. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber das ist so eine kleine Alternative, die es gibt, wenn man wirklich einfach Pech hatte in der Runde. Eine weitere, auch sehr wichtige Änderung, die durchgeführt wurde, ist die Reduzierung der ganzen Bots. Innerhalb von Warzone 2 wird es jetzt weniger Bots geben, als bei der Version, die ich spielen konnte. Und das ist sehr gut. Die Bots haben komplett genervt, die standen einfach random in irgendwelchen Häusern drin und man wusste irgendwie nie ganz genau, okay, muss ich mich jetzt anstrengen? Ist das ein echter Gegner oder sind das einfach wieder Bots, die eigentlich überhaupt nicht zurückschießen? Und das hat irgendwie für ein ganz komisches Gefühl gesorgt. Wenn man was gesehen hat, das sich bewegt hat, war man irgendwie nie ganz sicher, muss man jetzt in Alarmbereitschaft sein oder nicht? Und das wurde zum Glück geändert. Bots sind jetzt nicht mehr einfach überall auf der Karte. Bots sind jetzt nur noch in Strongholds, bei Black Sides und im Gulag als Gefängniswärter. Da schauen wir uns auch gleich an. Tatsächlich wurde auch am Loot-System ein bisschen was gemacht und dieses nervige Menü, was man hatte, wenn man zu Kisten hingegangen ist, ist nicht mehr vorhanden. Das hat mich komplett gestört. Vor allem, weil man nicht genau wusste, ob eine Kiste jetzt noch guten Loot hat oder nicht. Und jetzt ist es so, wie bei Warzone 1, dass man eine Kiste öffnet und der ganze Loot fällt einfach auf den Boden. Man sieht auf einen Blick, was Sache ist und kann das mitnehmen, was man gerne mitnehmen will. Also das ist eine coole Änderung. Bei diesen ganzen Taschen, die es auch noch gibt, ist die Änderung nicht mit dabei. Also da hat man noch das normale Loot-Menü. Bin ich mir ein bisschen unsicher, ob ich das gut finde. Ich weiß auch nicht, warum da ein Unterschied gemacht wird. Also zwischen den Taschen und zwischen den Kisten. Aber das ist auf jeden Fall der Fall. Und wenn man einen Gegner tötet, dann lässt er auch nicht einfach alles fallen. Was auf dem Boden liegt, ist die Primärwaffe, Munition und eine Weste, falls er eine Weste ausgerüstet hatte. Und dann liegt da noch ein Rucksack neben der Leiche und alles andere, was der Spieler dabei hatte, ist dann im Rucksack. Also da ist alles ein bisschen aufgeräumter. Und in dem Fall finde ich es tatsächlich gar nicht so schlecht, weil so ein Spieler natürlich vielleicht ein bisschen mehr Sachen dabei hat, als in so einer Kiste drin sind. Und da ist es dann vielleicht sogar ganz übersichtlich oder übersichtlicher, wenn wirklich ein bisschen was einfach im Rucksack ist. Und ja, das Rucksacksystem ist wieder mit dabei. Es gibt einen Rucksack, den man ausgerüstet hat. Da gibt es auch einen größeren Rucksack, den man finden kann. Und da war ich ja so ein bisschen skeptisch. Mittlerweile mag ich die Idee aber eigentlich ganz gerne. Weil dieser Rucksack, der sorgt dafür, dass man halt zum Beispiel ganz viel AR-Munition mitnehmen kann, wenn man dafür irgendwas anderes nicht mitnimmt. Also man kann da so ein bisschen entscheiden, welche Items einem wichtig sind, kann davon mehr mitnehmen und lässt dann andere Items zurück. Und das hört sich eigentlich schon ganz cool an, finde ich. Was ich aber nach wie vor nicht wirklich gut finde, ist das Gulag-System. Da hat sich auch nichts geändert und man spielt zwei gegen zwei. Und der Teammate, mit dem man spielt im Gulag, ist einfach ein zufälliger Spieler, der auch gestorben ist. Also das ist jemand aus einem komplett zufälligen Team. Und das finde ich ein bisschen schade. Diese ganze Anspannung von wegen, ich muss jetzt hier gewinnen und dann kann ich wieder spawnen, fällt halt damit ein bisschen weg. Wenn der Teammate komplett schlecht ist, wird man überrannt vom anderen Team und kann dann nicht mehr weiterspielen. Um wieder rauszukommen, um wieder zu spawnen, muss man aber auf jeden Fall beide Gegner töten oder man wartet ein bisschen. Nach einiger Zeit spawnt nämlich innerhalb vom Gulag-en-Bot ein Gefängniswärter und da gibt es einen kleinen Twist dann plötzlich. Wenn dieser Gefängniswärter nämlich getötet wird, dann dürfen alle vier wieder spawnen. Also da muss man sich dann so ein bisschen überlegen. Wartet man? Hofft man, dass das Gegnerteam auch wartet? Und killt man dann zusammen den Gefängniswärter als Viererteam? Oder sagt man eben, nee, das ist ein Dettel-Royal-Spiel? Ich werde auf jeden Fall versuchen, das Gegnerteam zu töten und mache das, bevor der Gefängniswärter kommt. Also das ist eine ganz coole Idee. Das ist irgendwie ein cooler Twist bei der ganzen Sache. Schauen wir mal, wie es auf Dauer wird. Ein bisschen skeptisch bin ich hier aber eben noch. Was Woz und 2 auch hat, ist ein neues Zonensystem. Und die eine große Zone, die man hat, die splittet sich im Laufe einer Runde zu drei kleinen Zonen. Da wird dann gekämpft und dann laufen die Zonen wieder zusammen. Und ganz am Ende wird dann eine Zone natürlich klein für den Endkampf. Da bin ich sehr gespannt drauf. Entweder das sorgt dafür, dass die Runden ein bisschen lockerer werden in der Mitte und es wird alles ein bisschen aufgeteilt. Oder das sorgt halt dafür, dass die einzelnen Teams in diesen drei Zonen schneller zusammengequetscht werden. Und es sorgt für mehr Action. Wird sich zeigen. Aber auf jeden Fall eine ganz coole Idee. Auch eine coole Idee ist der Proximity Chat. Der sorgt dafür, dass man Gegner in der Nähe hören kann. Und das gibt es auch bei anderen Games und sorgt da wirklich immer für lustige Situationen. Man kann halt die Leute belabern oder Fake-Callouts geben zum Beispiel. Und hier hoffe ich einfach, dass es eine Funktion gibt, um den normalen In-Game Chat zu trennen vom Proximity Chat. Weil manche Leute benutzen halt einfach den In-Game Chat, um zu labern. Während einer Runde war so ein 2. Und wenn das alle hören können, wäre es ein bisschen komisch. Also deaktivieren lässt sich der natürlich schon. Aber man will ja vielleicht den Proximity Chat deaktivieren. Aber nicht den normalen Chat. Mal gucken, welche Optionen da mit dabei sein werden. Auch neu mit dabei ist eine Verhörfunktion. Man kann tatsächlich zu gedauerten Gegnern hin. Kann die verhören. Und dann weiß man für eine ganz kurze Zeit, wo die Teammates des Gegners sind. Bin ich auch sehr gespannt drauf, muss ich sagen. Und eine Benzinfunktion wird es auch geben. Also die ganzen Fahrzeuge, die brauchen Benzin. Ohne sind die nicht fahrbar. Und man kann auf der Karte Benzinkanister finden, die man dann mitnehmen kann. Oder man fährt mit seinem Auto zu einer Tankstelle. Da kann man das Auto tatsächlich auch auffüllen. Die ganzen Tankstellen reparieren die Autos auch, weil sie irgendwie angeschossen worden sind. Und eine Sache kann man auch selber reparieren. Und zwar kaputte Reifen. Wir wissen ja, dass man wirklich Reifen gezielt kaputt schießen kann. Und wenn das passiert, kann man aussteigen, kann zu einem Reifen hin und kann den dann wieder reparieren. Also das sind die neuen Fahrzeugmechaniken. Ich muss sagen, jetzt wo ich das neue Gameplay sehe, freue ich mich schon sehr auf Warzone 2. Schreibt mir gerne eure Gedanken auch in die Kommentare. Lasst ein Abo da, lasst eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal.